Ja und damit herzlich willkommen zurück. Heute zum ersten Update nach einer Woche und circa 300 Kilometern schauen wir uns mal den Zustand vom Surfaces 365 Spraycoat an. Der Verbrauch bei dem Produkt war unheimlich gering hier auf meiner kleinen Fläche, also ihr werdet für das ganze Auto auf jeden Fall locker hier mit der Flasche hinkommen. Und das hat mir schon mal sehr, sehr gut gefallen. Vom ersten Eindruck her, nach den ersten 24 Stunden musste ich ganz klar ein Fazit für mich ziehen, dass das Abwehrverhalten nicht auf dem Top-Niveau mitspielt, was wir so von zum Beispiel Sprühversiegelungen kennen oder was auch immer. Also da gab es definitiv von stärkeren Kandidaten. Auch vom Look her fand ich, gab es keinen Unterschied. Deswegen mache ich für euch nochmal so eine kurze Zusammenfassung, bevor wir dann hier auf die Lackfläche drauf gehen. Von der Lackhaptik her war es auf jeden Fall eine deutliche Steigerung, weil man konnte hier auf der rein polierten Oberfläche dann doch spüren, dass die etwas rauer ist als die versiegelte Oberfläche. Also da konnte es auf jeden Fall pumpen. Aber von der hydrophoben Eigenschaft her, vom Beading war es eher so Mittelmaß und vom Sheeding hat es dann auch ein bisschen nachgelassen schon. Soll ja bis zu einem Jahr hier auf jeden Fall Standzeit liefern und ich habe dann auch nach der Wartezeit am nächsten Tag für euch auch nochmal das Synthetic Spray Wax hier draufgelegt, um einfach einen Vergleich zu ziehen zwischen den hydrophoben Eigenschaften der einzelnen Produkte. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie auch jetzt beide Produkte sozusagen nach einer Woche performen. Und jetzt geht's los. Nach dem Intro viel Spaß. Auch eine ganz wichtige Eigenschaft ist auch der Easy-to-Clean-Effekt. Hier auf der Seite, wo jetzt das linke Licht sich spiegelt, haben wir das Tran 65 Spray Coat drauf. Wir haben hier so ein paar kleine Flecken, ein paar Schmutzreste, auch hier in dem Bereich. Ich hoffe, es wird überhaupt auf der Kamera sichtbar werden. Ist gar nicht so einfach. Vielleicht muss ich hier mal ein bisschen mit der Dunkelheit oder Helligkeit spielen. Also hier haben wir so vereinzelte Punkte drauf, ein bisschen Regenwasser, was angetrocknet ist. Und dann haben wir hier auf der Mitte, ich hoffe, das wird jetzt sichtbar werden, im oberen Licht. Hier haben wir jetzt den Bereich, der unversiegelt ist. Hier ist auch nochmal die Klebekante. Sollte man jetzt hier genau an der Lichtquelle sehen. Hier haben wir einen kurzen Bereich, vielleicht so 10 cm, die nicht versiegelt sind. Da sehen wir so einen deutlichen weißen Schleierfilm. Und jetzt kommt der Bereich, genau jetzt kommt die Kante, wo das Synthetic Spray Wax drauf ist. Und das habe ich ja nur ganz wild einfach mal hier in der Mitte verteilt. Und auf der linken Seite, am linken Licht sehen wir auch wieder den Übergang. Hier reinpolierter Lack, keine Versiegelung drauf. Linke Lampe jetzt. Und hier kommen wir zum Synthetic Spray Wax. Von der Verschmutzung her. Nochmal zurück, linke Lampe. Hier haben wir wieder einen stärkeren Schmutzfilm. Ich hoffe, das wird sichtbar. Aber ich glaube, das solltet ihr gut sehen. Also das Synthetic Spray Wax hier sehr, sehr gut. Auch hier jetzt nochmal Augen auf das mittlere Licht. Hier haben wir jetzt wieder Synthetic Spray Wax. Unversiegelt. Und hier kommt an der Grenze das 365. Also man sieht deutlich, dass es auf jeden Fall den Schmutz besser abhält, als jetzt in der Mitte hier so ein unversiegelter Lack. Aber mit dem Synthetic Spray Wax kann es von der Schmutz an Haftung, was die Reduzierung angeht, von meiner Seite aus überhaupt nicht mithalten. Und ich glaube, das war auch hier bei diesen Lichtern gut sichtbar. Wir gehen nochmal auf die Mitte. Sonst sehen wir auch nochmal, dass der Streifen bis nach unten geht. Man sieht hier, ich habe jetzt keine Kante geklebt bei dem Synthetic Spray Wax. Aber ich glaube, das sollte von oben nach unten komplett sichtbar sein. Gut, und jetzt schauen wir uns mal das Abwehrverhalten an. Wie sieht es aus nach einer Woche? Keine Wäsche. Und los geht's. So, erstmal eine geringe Wassermenge. Und bevor wir jetzt hier rüber schauen, erstmal darüber. Vom Tropfenwinkel her hat sich jetzt nichts groß verändert. Sowohl auch ins Positive nicht. Ganz klar, aber auch ins Negative finde ich nicht. Wir haben immer noch eine halbwegs vernünftige, runde Tropfenform. Kann aber, und das brauche ich hier nicht groß drum herumreden, kann aber mit der Seite nicht mithalten. Das sehen wir auch schon hier an der Hydrophoben-Eigenschaft. Hier das Wasser ist komplett von alleine schon fast runtergelaufen. Hier sind jede Menge trockene Lackoberflächenbereiche. Also, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Hier haben wir jetzt den Bereich, der sozusagen nur poliert ist. Ungefähr hier war die Grenze. Hier haben wir so eine schöne Abgrenzung. Weil genau hier bin ich mit dem Synthetik Spray Wax dann langgegangen. Und hier drüben haben wir wieder einen Bereich, den ich nicht erwischt habe. Also, es ist absolut 100% nachvollziehbar. Und hier drüben auf den Ablaufbahnen sehen wir viele, viele Tropfen. Und das zeigt auch nochmal schön, dass die Hydrophoben-Eigenschaft hier deutlich stärker ausgeprägt ist, als auf der Seite. Ich mache nochmal. Also, ich würde es als normale, durchschnittliche Leistung mal definieren. Und wenn das jetzt so der Zustand ist, der ein Jahr hält, müsst ihr selber entscheiden, ob euch das reicht, so an Abpairverhalten an hydrophober Kraft. Aber auf der Seite können wir es auch nochmal uns anschauen. Und ich denke, das ist ein ganz deutlicher Unterschied. Auch hier drüben liegen so ein paar Tropfen weiter unten, die etwas größer sind und die schaffen es einfach nicht loszulaufen. Und hier haben wir eigentlich überhaupt keinen großen Tropfen. Sobald die eine gewisse Größe erreichen, hier in dem Bereich ungefähr, läuft das komplett nach unten. Das sehen wir auch nochmal hier. Keine Resttropfen auf den Ablaufbahnen. Absolut top. So, jetzt nochmal volle Kraft. Und so sieht es aus nach einer Woche. Also, es ist auf jeden Fall noch deutlich zu sehen, dass hier eine kleine Versicherung drauf ist. Aber es ist nicht die Performance, die ich mir jetzt ein ganzes Jahr erträume. Also, da würde ich jedes Mal wieder etwas anderes oder Neues drauflegen. Ist meine persönliche Einschätzung. Ich würde hier bei so einem Produkt bleiben, weil hier erzeugt halt der geringste Fahrtwind schon so viel Kraft, dass hier das ganze Wasser runterbläst. Wenn das Auto steht, liegt immer Wasser drauf, ganz klar. Das ist zum Beispiel jetzt der ganz normale Regen dann. Und sobald immer ein bisschen mehr Wasser dazukommt, läuft das dann irgendwann nach unten. Auf der Seite seht ihr, von unten nach oben, bei so einem leichten Regenschauer, in Anführungsstrichen, habt ihr überall das Wasser liegen. Also, mit ein bisschen Fahrtwind dazu, habt ihr dann hier wirklich sehr, sehr schnell komplett weg. Habt ihr echt sehr, sehr schnell eine sehr schön trockene Oberfläche. Und deswegen mache ich gleich mein Fazit hier an der Stelle. Ich will das eigentlich nicht weiter in den Langzeit-Test nehmen. Ich werde das jetzt nicht nur noch die nächsten Monate beobachten, weil mir gefällt es von der Gesamtperformance schon nicht so, dass ich sage, okay, das will ich auf jeden Fall noch die nächsten Monate so haben. Und deswegen beende ich für mich jetzt schon hier den Langzeit-Test. Wenn ihr aber alle unbedingt sagt, okay, nein, Sebastian, du musst das auf jeden Fall noch viel, viel länger hier auf dem Auto drauf haben. Und an der Seite haben wir es ja noch nicht mal getestet. Und damit ist das Produkt für mich erstmal raus, hier auch aus dem Standseit-Test. Ich werde das komplett runter polieren und auch nochmal alles frisch machen und dann die Haube für weitere Tests nutzen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen unten rein. Und bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Test, live stream, was auch immer. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Video, 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 bis